Ist ja schon peinlich, wie sauer her. Merkst du was? Oh, da sind noch Zeug, da ist noch Zeug, Leute. Da ist noch. Ich kann den Erdbohrer förmlich riechen. Also nicht den Erdbohrer, aber die Mod. Weiß irgendjemand von den 7 Days to Die Profis? Stahlwerkzeugteile. Wann die Händlersachen erneuert werden? Oder gibt es das noch? Dass die Händlersachen erneuert werden? Oh, Leute, das hat jetzt sogar keinen Sinn. Wo ist denn jetzt? Dance till you die. Shit, wo ist denn jetzt die Kirche? Da haben wir eine Schlafsack gelegt. Da hinten ist unser Moppet. Moppet. Ich bin alt. Im Alter lässt die Reaktion nach. Da kann man keine Shooter mehr spielen. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Na gut. Stofffetzen lassen wir jetzt mal liegen. Ich will nur zu meinem Moppet. Jetzt habe ich aber eine Elektrozange. Jetzt geht's richtig ab. Kann's halt auch nicht liegen lassen. Ja, es gibt nur eine Begrenzung. Hallo, Hund. Hund, komm her. Ja, das war gut. Oh, das war auch gut. Oh Gott, bin ich schlecht. Scheiße. Jetzt sind wir auch nur infiziert. Noch ein Hund. Und unsere Waffe taugt halt nicht so wirklich auf die Ferne, ne? Und nass sind wir auch noch. Oh mein Gott. Ich weiß, wo die sind. Hast du auf der Map mal nachgeguckt? Auf einer Karte? Das habe ich nämlich Stand jetzt noch nicht gemacht. Komm, lauf, Johnny. Lauf. Pass aber auf, da vorne sind die Bärchen. Das könnten wir vielleicht mal machen, dass wir tatsächlich mal auf einer Map nachgucken. Komm, lass liegen. Du bist voll, Mann. Du bist voll, Mann. Ähm, kann ich, ja? So, dann laden wir erstmal aus, weil... Wenn das gucken wir mal auf der Karte. Wenn das cheaten wir mal ein bisschen und gucken tatsächlich... Ähm... Okay, müssen wir nochmal her. Äh... Stellen mal rein, ja? Da ist unser Moppet. So, Moppet. Pass mal auf. Ich muss was abladen jetzt. Das kann sich ja mal rausschmeißen, hier den Kram. Zack. Aufs Moppet drauf. Baumwollsamen. Die Munition. Ah, wir haben doch eine AK-7. Oh mein Gott, Kalle, Alter. Er bringt nur zwölf und wir haben hier einen. Also können wir den eigentlich auch scrappen. Eisenpfeil-Munition. Aber geht es nicht, dass ich hier... Die brauchen wir doch auch alle nicht. Warum machst du denn die nicht? Warum scrapst du denn die nicht? Weil ich würde den ja schon mal gerne ausprobieren. So, leg mal die ganzen Mods hier rüber. Alles klar. So sieht die Welt doch schon ganz anders aus. So, wir nehmen mal die AK-47 noch mit. Das lassen wir auch mal hier. Und die Munition nehmen wir auch mal mit. Den noch scrabben. Den legen wir noch hier rüber. Und den scrappst du noch. Das kannst du auch scrabben. Komm. Musst du nicht alles dem Händler verticken. Irgendwann will er es auch nicht mehr. Oh Gott, Digga. Alter. Der sieht uns nicht. Guck mal. Alter. Alter. Ach Gott, war das eben knapp. Ich hab den nicht gesehen. Was ist denn das? Nicht auf... Alter, ist das ein Puma oder was? Das war jetzt aber pures Glück. Ja, genau, Merrick. Das meinte ich. Stehe da auch dabei. Wie viele Tage? Alter, bin ich immer schocken. Kann ich mit dem Bogen keine Eisenpfeile machen eigentlich? Äh, schießen. Fernkampf schon. Eisenpfeil-Munition. Kann ich die dann nicht... Nicht mit dem Bogen... Oh, der war gut. Oh Gott, war der gut. Ah, sie ist da heute schon wieder für die Action drin. So, ich will jetzt irgendwo mal noch hin, dass wir die Nacht noch friedlich verbringen. Friedlich, einigermaßen. Und hier gibt's jetzt... Hier ist nicht warm, ne? Sagst du? Weil... Kein Dach. Macht Sinn. Doch, hier. Hier ist warm. Ähm, ess mal bitte ein bisschen Honig. Und was haben wir noch? Dein Arm ist gebrochen. Na, wie gut, dass wir eine Schiene gefunden haben. Tada! Gut, hätten wir das. Hätten wir das. So, ich guck' ich guck' jetzt tatsächlich mal kurz auf die Map. Also, Händler muss weiter nördlich sein. Das heißt, wir müssen tatsächlich in die Richtung fahren. Wir schnappen uns jetzt mal Moppet, Moppet. So, wir fahren jetzt mal weiter nach Norden. Weil ich würde den Händler schon gern finden. Okay, in einer Stunde wird's dann eh hell. Jetzt haben wir mal Tag zwölf. Na ja, dann machen wir noch... Machen wir noch einen Tag mehr. Dann hier ein bisschen looten. Würde ich sagen. So, hier geht's raus aus der Stadt. Na ja, dann fahren wir da mal hin. Und lautem App müsste da oben dann irgendwo der Händler sein. Da geht's nach Santa Fe. Santa Fe. Da, 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 da. Da, 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 da. Der beste Survivor westlich von Santa Fe. Oh, jetzt werden die Straßen aber schlecht. Oh, 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 oh. Santa Fe liegt, glaube ich, Santa Fe liegt in Argentinien. Oder? Lasst mich... Road closed. Okay, das heißt, wenn wir dann, glaube ich, hier weiterfahren, da kommt dann irgendwann das Endgebiet. Wo es dann, äh, wo die Map fertig ist. Und da sollte man nach Möglichkeit nicht reinfahren. Also muss der Händler... Quatsch, da ist doch noch kein Endgebiet. Das ist doch hier oben irgendwo. In New Mexico, tatsächlich? Oh, dann war ich falsch. Ich dachte irgendwie, das wäre in Argentinien. Macht ja aber keinen Sinn, ne? Santa Fe klingt ja überhaupt nicht argentinisch. Alter, was er erzählt. Alter, da kommt hier wirklich nichts. Noch was? Boah, wie ist das? Boah, da ist ein Hüpfer. So. Ja, wo führt diese Straße denn hin? Ja, das ist einfach nur... Äh... Wo reingetan? In Discord, meinst du, Mayberg? Wenn ja, vielen Dank. Kann ich immer gebrauchen. Aber wir werden doch jetzt diesen... Diesen Händler noch finden. Oh, da ist die Zone. Da darf man nicht weiter, weil dann stirbt man. Hallo? Ich fahr doch... Was machst du denn? Hör doch auf, du. Hör doch auf. Dann fahren wir doch da mal. Dann nehmen wir den Weg. Wir finden den Händler. Bin mir ja ziemlich sicher. Oh nein, schon wieder ein Puma. Gott sei Dank sitzen wir auf dem Moped. Dann kann er uns nix. Dann kann er uns nix. Wisst ihr, was es in Mexiko gibt? Mexikaner. Das ist daher dann nicht ganz unrecht. Wetten, dass wir jetzt so schön im Kreis um den Händler rumfahren? Kennen mich doch. Kann doch nix. Kann doch nix. Oh, fuck. Hallo? Also, wenn wir mal Bären und Pumas brauchen, dann finden wir sie hier. Das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt. Voll spannend, weil du halt gar nicht weißt, was da vorne gleich kommt. Das ist nicht der Händler. Das ist nicht der Händler. Oh, Speed Limit 35. So, womit wir wieder an der Hauptstraße wären. Wartet mal, ich muss nochmal auf die Map gucken. Es ist wieder Tag. Ein Traum. Wo sind wir denn nun? Sind wir jetzt wieder in der City? Weißt ja was, wir sind jetzt mal mutig. Wir brauchen auch ein bisschen Fleisch. Also, Vollgas. Das war aber sehr mutig, gell? Oh. Also, wir lernen daraus. Und Bär? Ein Magazin brauchst du. Und noch zwei Schüsschen mit der Pumpkan. Dass das rund läuft. Ja, wir machen dadurch, dass die Tage ja länger, dass wir die Tage länger eingestellt haben. Machen wir jetzt heute den Tag noch mal ein bisschen looten. Und dann geht's an die Vorbereitung für den Blutmund. Ja, ja. Natürlich. Knallhart den Kopf weggeschossen. Knallhart. So, wo sehen wir den jetzt eigentlich hier? Ist ja auch nochmal eine Stadt. Und wenn ja? Oder ist das hier... Boah, wir bräuchten einen Werkzeugladen. Savage County. Ratched Ware. Das ist auch wieder so ein Klamottengeschäft, ne? Wir bräuchten mal so einen richtigen Baumarkt. Das wär geil. Oh, Police. Leute, da gehen wir rein. Bei der Polizei gibt's Waffen. Das haben wir gelernt. Weißt du? Da hat der Officer schon mal... ...nen Vorschlag haben wir im Coverraum. Kann schon mal passieren. So. Da gehen wir rein. Da finden wir vielleicht nochmal richtig nice Wum. Da steht's in der Ecke. Hör doch aus. Hat ich Sinn? Hör doch aus. Mies. Mies sind immer die, die du nicht hörst. Hör doch aus. Hör doch aus. Helff fleißig mit der Boy. Jetzt kann ich wussten, dass einer von hinten kommt. Du Sau. Oh Fuck. Ich muss mich hier echt zusammenreißen, alle mit dem Kraftausdrücken, wenn ich so erschrecke. Das ist schlimm. Sorry dafür schon mal an der Stelle. Ah! Das ist einfach nichts für mich. Das war knapp, ja. Ich hasse sowas. Ich erschrecke dann wie die Sau, wenn die auf einmal hinter dir stehen. Da hat er schon wieder Hunger. Boah, ich hatte schon wieder Hunger. Will ich mal hier hin? Da haben wir noch was zu essen. Jetzt können wir was grabben. Papier kann man nicht scrapben. Das kannst du nur verknühen. Verknüden? Hier haben wir noch was zu essen. Dann feg dir das auch rein. Nee, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich hält. Ah nee, Gott sei Dank. Ich konnte es noch abbrechen. Oh, super. Supergeil. Essen sollst du es. So, jetzt probieren wir das mal aus, ob du tatsächlich hier drübes Wasser... Ah ja, pfeift sich alles in den Kopf. Du hast es auch, Almin. Ja, ich hasse es wie die Sau. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich das Spiel hier eigentlich spiele. Bauplan Robotikhammer. Wir kommen der Sache näher. Ich spüre das. Wir kommen der Sache näher. Hätten vielleicht mal früher auf Lucky Looter gehen sollen. Ich glaube, so hieß das im englischen Original, ne? Lucky Looter. Was zu essen wäre nicht schlecht. Ich. Läuft ja wieder. Läuft ja wieder. So. Naja, hier werden wir schlecht Wummen finden, denke ich. So im Gefängnistrakt. Aller wie im Knast. Alles zu. Alles zu. Aber wir kriegen gleich den neuesten Punkt. Und dann können wir da wieder... ... ...